ein kack spasten von den mein gott alter deck mal mit hier junge kick doch mal ein kack spasten von den join doch einfach ein platz ist frei weiß ich das kann ich nicht in lobby einladen und zuschauen da steht er nicht aber jetzt ist ganz schön drin ok greckpad kann ich nicht unverwundbar bin ich konnte nicht beitreten weil er voll ist topsy wenn ich dir joinen will da wird noch nicht was angezeigt dass ich dir joinen kann warte wir kicken mal einer is dich man ich starte mal eben counter-strike neu prox proxie können wir kriegen junge wieso holst du die mac 7 alter warum lehnt denn nicht rein wieso willst du proxie kicken der ist dir doch gerade nachgechirnt oder nicht der ist seiner freundschaftsliste der ist sie gerade wahrscheinlich nachgechirnt obi jungen ich höre mich immer doppelt in seinem stream ich kacke mich voll ab ey ich vermute dich jetzt ja dann mute mich voll tonen ausmachen ha 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 ups es ist ein ghost von dem stream oder was du wieso kann ich gerade nicht beitreten und greck kann nicht beitreten wer von hinten dann kick doch eins wer der wollte kicken ey greck was soll das mann tobi du hässliche schau einfach wenn die runde vorbei ist dann können wir da rein ich spawne hier und der ist direkt hinter mir einer alter so kacke ja meine fresse kam schon zu heilern wotten ey tobi ist doch ein fat der nur failort das ist ein fat das failort ist das low man 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 7 8 8 8 9 9 11 11 Warte doch mal ab. Wegen F3. Ich muss nur treffen. Äh? Oh, Mann. Brauchte die Läder, ne, Mann. Da unten. Oh, fuck. Toll, Mann. Wo ist mein lieber Gunshot? Wo bleibt der? Ich ghoste den jetzt. Da oben läuft. Einer da oben läuft. Einer da oben läuft. Da oben läuft. Da oben die Ecke. Du kannst ihn nicht los. Mann, du kannst ihn nicht los. Da ist automatisch 15 Sekunden Ding drin. Nein, nicht im Normal. You fag it. Ob Noob in Deathmatch. Bonus was für ein Messer. Ich sag's dann mal, wenn euer... Oh, nein. Da hängt einer hinter der Kiste. Oh, you fag. Jetzt, das sind solche Leute, ne. Fuck you. Fuck, und der Messer hat mich Pablo, Alter. Und wie sie alle im Zähler nachgeschwind sind. Und wie sie alle im Zähler nachgeschwind sind. Gregg mit seiner Attackpiste darf ich dir untertacken. Heee. Heee. Erstmal einen Northstopp geben. Kriegt dann Klick. ò Fuck you. Ich pack gleich auch arwe aus ohne Scheiße. Die ganze pisser hier. Oh, oh. Einen raushauen Alter Ich mach gleich Deathmatch mit die Oh, wer Versperr mir schön die Sicht, alter Mann Befehlten noch Adi und Demo, ne? Ja, fack einfach wenn die Runde vorbei ist von euch 20 Sekunden Wird er mir gestealt Oder halt wenn die nächste anfängt, so wie gesagt Können wir noch schnell reinschauen Fuck you Ach, Ultralag, what the fuck Dominiert sie immer noch Ah, 23, 16 Milare Sie dominieren ganz schön Nein Erstmal muss ich drauf klarkommen, was für ein Spielmodus... Wir zocken, alter, ich hab die ganze Zeit immer nicht... Ja, hab ich ja gemacht, hab ich ja gemacht, aber am Anfang... Natürlich, da disconnecten doch schon welche, Mann Ja, aber noch kann ich nicht beitreten Geht immer nach... Es geht erst sobald der nächste Map late, glaub ich Ja Jetzt ist Mapwechsel Jetzt ist Mapwechsel 4, 3, 2, 1 Go Mapwechsel Der Gwin ist gerade schon beigedrehen Eagle only Ja, die ist drin, und Debo Ja, was ist? Wer denn da? Ach man, du warst AFK? Ja Ja, jetzt ist... Der ist mit Runde wieder angefangen Man, Shotgun Shotgun, motherfucker Ah, macht nichts, das Spiel... Geh weg und halt spielen Oh! Fertig, Fertig, Fertig Kriegt er in die Presse Wer ist denn Snuffix, Alter? Ich brauche Medipack Ich brauche Medipack Hat jemand Medipack dabei? Ich brauche Medipack Schmeiß nur einer Medipack Hier, Medipack im Spawn Medipack im Spawn Loll, Team's Mission Boi, Alter, du kleiner Spitz... Spitzer Mit der Diegel, Jo! Och, Greg, Alter Alter, was ist hier los? Toll Hier Ja Jackpotze, Junge Ja Och, drück ich die Geschenne hier, Alter Ja, natürlich kommt der Fade-Lodge Shit Das war eigentlich nicht aufem Kopf voll Fack you Wasser Ja man, ich werd immer von den Abenteuer getippt Wutze Kriegt halt von hinten Wart mal Ich kann nicht mehr ums Eckbumpen Die kleinen Missgebührten Die stunnen mit dir Kampfschott, Junge Du wirst so langsam Gut Oh, und da kommt wieder einer von hinten, Mann Nein Fuck, man Fuck you, Taylor Sürzt sich in einen Taylor cheated, reported this Fuck you, Mann Böder Huren, Alter Nein In die Fresse Wer hinter dir kommt, muss ich, Leute Ich hab doch nur noch 15, Mann Oh, nein Tobi, du Missgebührten Ich hab nur noch 15, Alter Fuck you, Mann Der geht mir so auf den Sack, ich bin in Nussle, Mann Wer ist Fanaut, oder? Ja, kommt, was an jeder Seite Alter Machst du mit dem die ganze Zeit, Taylor Alter Ich mach gar nichts Der möchte jemand anders Nein, wenn ich mich auf einen anderen Taylor, das ist die ganze Zeit, Alter Das ist slow Tobi, du wirst schon mal schief, ne? Tobi ist hacky Ne Und dann steht er da unten drin, mitten ab dem Menschen Pfff Ja, ja Dieser E.H. immer auf den Kopf drauf Nein Mein Gott, Alter Das ist so ein kleiner Nuttsohn Oh, lol Tobi ist so ein kleiner Nuttsohn Das ist so ein kleiner Nuttsohn Tobi ist so ein kleiner Nuttsohn Das ist so ein kleiner Nuttsohn Ey, das gibt's doch nicht Oh mein Gott Diese kleinen Arme Kiddies Ohne Witz Fuck you Fuck you Fuck you Alle nur am rumweinen No Scott Bitsch Alter, Kampfshot, Junge Hahahaha Komm so Hahahaha Legit wie faggot Jetzt hat der doch nicht Xa Jaaa Fuck you Bitch Rockpipe wie läuft's denn bei dir so beim Spiegel Super, gell? Hatte ihn Doch Nein Mein Gott, ey, das ist ein Witz, immer dieser gleiche Kommi, alter, der ist so einfach in den Nutzen, so Ich zeige Team, Team, Team Bestimmt Hitmark mit der AWP 6 Alter, diese kleine AWP Los, Los Jaaa Mein Gott, alter, der kommt Beylos, man, das ist so low, alter Hey, you faggin' Hehehe Was bringt das eigentlich mit der Bonuswaffe? Krieg ich ja extra Punkte, wenn ich die benutze, oder? Nö, ja, das ist halt, dass du Weaponswaffe drin hast, aber ich benutze es nie Jaaa Ich dachte ich krieg der Bonuswaffe Oh mein Gott, loskomm Da oben Ja, und? Ja Wie der Deagle hit mit der Junge, 50 in einem Alter Du bist auch nur am Abendspielen Und sag's voll rein Jaaaa 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 Was ist denn das? Was ist denn das? Ah Junge, wer hat den jetzt geklaut? Oh du witz Ich fahr gerade und hab eine Konsole, Mann Hehehe Minus 22 in einem, okay, kann man mal machen Fuck you Man könnte sagen, ich wäre ein Camper gerade, aber So ein Blödsinn Ich bin, ich muss eine Atempause machen Ich meine, die Knarre ist schwer Ich muss auch irgendwann mal steh'n Hat der da unten Glück Von mir kriegt immer nur der Pasha Bizzips auf'n Sack Die dummen Pasha Bizzips Ach mann, Raylood is cheating Ah Alter Ich werd gleich richtig geflamed, pass auf da oben Fuck you, kann schon komplett Autosnipern Noob, Alter Was willst du von mir? Kleiner Penis Was hab ich gesagt? Wenn einer noch Autosnipern darf, dann bin ich das Oh, den Team hab ich eben vorbeizwitchen noch gesehen Oh, den Team hab ich eben vorbeizwitchen noch gesehen Fuck you Fuck you No Scope, Junge No Scope Äh, wieder Ganz schön Cheating Haha, ganz schön Jörg Hey Ah ja, die Siehst du das? Merkst du den Hex? Und dann stehen sie da zu zweit drin mit der Arbe Ah, ich würd sie den spawnen oder geben Knappst Hühhh Knappst Naja Fuck you Fuuu Noaw Ey, Mann Hühh Immer den Falschen Naar, was Mann, Gunshot, du bist so'n Noob, Alter. Was ist denn? Alter, ich spiel' das Spiel zum dritten Mal. Fuck you! Ja, das ist ein Witz, Alter. Ja, Greg, jetzt hast du doch deine Chance, ja. Fick dich, Alter. Ich weiß gar nicht, was du dich so aufregst. Mein Gott, legge sie, du Bastard, Junge. Mein Gott, fress da wieder drei Diegel. Da, Junge. Fuck you! Ja, Abel gegen Shotgun ist auch... Mann, das Noscopen geht nicht. Ich wusste, ich wusste, hätt' mir wieder geklaut. Weil er wieder zwei Diegel ist. Ich glaube, du hast ihn noch gehabt. I tried to noscopen, man. 38, 18, Bill. Ich hab' eigentlich mehr als Tobi und den Tode weniger. Oh shit. Die Elfte gab' halt Failout, Mann. Ja, Failout cheatet halt rein, Mann. Aber gut, Awe kann ich auch. Gunshot, der tut nur Autosniper spielen, das ist noch lower. Nur, nur vor allen Dingen. Ich hab' jetzt... Also, die Hälfte vom Match vielleicht, ja. Achso, ähm... Demo, du kannst schon... Aber Greg, Greg, nur weil du's bist. Demo join? Und die andere Hälfte davon war's dann wieder die Autosniper. Demo joinet! Ja, ich bin grad in einem... Schmeiß' den Demo raus, sonst läuft's alles noch packer. Ja, dann... Weg! Raus' das Demo, up and death, mate. Hey, bin raus. We're wayne! Hey, bin raus. Ob du joinen kannst? Okay. Ich konnte jetzt nicht beitreten, weil sie voll ist. Nein, kann auch gar nicht voll sein, Mann. Let's go! Let's go! So... Fuck. Schöner Bug. Ich kann sowieso, wenn ich... Wenn ich auf euch klicke, ich kann nur in Dobi einladen und zuschauen, mehr steht da nicht. Meine Fresse, oder was? Mir wird in einer... Also... Ich will überhaupt nicht einladen, das wird nicht angezeigt. Ist er wirklich bei jedem Kill? Alter, Failort, endlich scheiße weg. Lol. Er kommt vom CT angerannt. Verstört mich jetzt. Ah, ich restarte mal Steam, ich weiß nicht warum ich das nicht zeugen kann. Wer war das? Ah, okay. Nein! Nein! Und du... Vergeatet, du willst wie es gerade zu snipeen. Fuck you, Mann! Schmeiß mal den CS-GO-XA raus, ey. Das ist so ein Arschloch. Und weil er dich abschießt? Nein, weil er einfach behindert ist, Mann. Schieß nicht auf mich. Doch. Mach mal den. Oh! Guck, ganz schnell passt er wieder in den Autoschreiber. Mhm. Ich guck ganz schnell, bleibt zu. Ich will voll den Noob anfänglich. Ahn... Brauch Musik. Geh doch mal down, Alter! Ohohohoh. Ohohohoh. Meine Fresse. So low. So low. Die geht wieder, der Typ da in der Mitte und... ...geht bei ihm. Haha. Fick dich. Ich laufe bei Shirt und drehe auf einmal nur einen richtigen Harten-Click. Oh, wusste ich. Ich wusste, dass der da ist. Ah. Ich hitte ihn halt einfach nur an mit A-W, das ist low. Der Passier-Bizeps ist extra in meinen Team gegangen. Nein. Fuck you. Ach, das ist einer von mir. Meine Fresse. Hm. Dass er nicht wenigstens mal Piep sagen kann, wenn er hinter ihm steht, ne? Du hast doch die Schüsse, wenn du irgendwo voll umfällst. Jetzt habe ich gerade ein fucking Hühnchen zerstört. Ich wollte aber auf den Typen. Gibt zehn Punkte, ne? Achso. Wenn du Hühnchen zerstörst, gibt Punkte. Ey. Top-Siege, ist da ein Platz bei euch frei, oder? Ach, fair geht's. Macht mal einen Platz eben. Nope. Ich hab Steam restarted und ich wollte ihn jetzt da. Alter, wie der das auf die Entfernung schafft mit seinem bekloppten M16-Teil da, ne? Schon hart. Schon hart. Hä? Ach, da kommt der andere Typ noch von oben. Oh, was ist das? Ich muss... Ich realisiere immer erst nicht, wenn Mai zu mir gehört, ne? Ich war ja eben die ganze Zeit bei den Counter-Strike, äh, Counter-Terrorists. Warum ist der so ein Fotzensohn, Alter? Das ist ein richtiger Muschiman. Richtig Muschiman. Richtig Muschiman. Oh, leih. Der kommt der ums Eck geschossen. Vor links. Jee. What? Diese kleinen Camp... Campers. Mit T-Spawn oben immer. Mann, war mir ein Leck, Alter. Das ist ein Bitz. Wie viel? Du Spasti, Alter. Du versaust mir immer. Ja, klar, Alter. Ich hör keine Steps, das geht ab hier. Treib allein auf mich, ich will noch zwei Leck. Das ist Counter-Strike. Fuck. Nein, ey, deine Bisser. Er steht da unten im Eck und wartet auf mich. Der Boa hat auch die Schnauze voll. Oh, mein Gott. Hei, kannste nicht... Hinter. Ja, super. Hallo? Nein, nein, du Scheiße. Das ist so totesbleck, ey, was ist denn das? Moin Ach, ist da wieder der Gunshot offline gewesen? Ah, shit, dann habe ich leider in der Seed gewonnen Hallo Auf sich Wreck Hallo Hallo Was ist denn? Es lebt, ich kann meine Waffe nicht switchen, ich laufe auf die Seite und bin da wie so, ich glaube wie Sprung, bist du klein dahinter, meine Schlüsse sitzen nicht Ja Hallo, Finn Möhn Was, nein Oh, du Verge Ja, ich Hinsen nicht weg, ey, das ist eine Blitzbahn Meine Frisse Geil Alter, das hat die Sack gerade im Mittelsfall Autosnapper Nein Nein Ah, da schieße ich eigentlich mit Flaschenkügelchen, Alter Nein Nein, Mann Nein Nein, Mann Wie macht ihr das denn ein bisschen auf dieser Entfernung mit Kimme Korn? Nice aim, Pupo Take two I'm retarded kid Ja Ey, es lag, mach dir das lag einfach Du lagst Auch im TS ein bisschen Kann das sein, dass deine Latenz gerade ein bisschen scheiße ist? Ich hab keine Ahnung Mach doch mal, mach doch mal einen Router Restart Du lagst wirklich im TS auch Ach ja, stimmt Das, äh Von euch beiden streamt mich keiner, nicht dass ihr euch eure Bandbreite gerade runterhaut So Ja, nicht忍 perlu Auf Acht Traum, Alter Wie sie dich auf einmal nur noch anhitten Dieser Drecksbohr, Alter So, ich geh' vom Fernseher Bis später Gut, gut So Dieser Drecksbohr, ey Immer noch auf dem Kabuktor F*****g Noob, oh du... Shut up, so f*****g Noob und so Shut up, gay, shut up, shut up Shut up, shut up Ja, du lagst halt wie so'n Kackstück, Arte Man kann dich gar nicht interessen Ja, ich weiß das, ich... ich schütze es doch besser Ich sag's doch tausendmal noch nicht, ich glaube, aber ich kann auch nix tun Ah, instant 15-19 Ich bin ein Traum, Mann, ich... ich schütze den mit ner Arme, dann bin ich sicherlich Ja, Mann Das ist zu Gott's nix Ich hätte dich grad noch kappt Ich bin squeezy Halt doch die Fresse, Junge Super, es geht ja auch im Case, es geht nicht mehr sehr viel Halt doch die Fresse, Junge So, jetzt verkehrts Ich weiß, den Doomdeutsch will ich mal auf den PS, ey Ah... Did it? Ganz schön Nein Ja, aber mir steht weltweit initialisiert Da siehst du, haben wir's doch Das gibt nix schlimmeres, wenn man mit ner Arme spielt und deinen Schutz trifft, einfach nicht Doch, wenn man mit ner Arme spielt und deinen Schutz trifft nicht Nein, Mann Ich fühle die ganze Zeit Arme und meinen Schutz trifft nicht Das macht uns so weit, Alter, dass ich richtig traue Hm, hm Ach, geht schon los Ich dachte, das ist ne Aufwärmphase Höhöhöhöhöhöh Ich hab' nicht hingekuckt Jaaa Ich hab' mich hinter dir versteckt, ey Ach, wie soll doch einer Ja, dann geht der mir in den Nose-Kopf Ja, Mann Werden die jetzt mal richtig gespuckt oder spawnen die alle mitgebrauchen? Junge 61 und 2, lassen wir doch die Eierlose anbauen Boah, Fail-Out schluckt nicht so viel Jaaa Bestimmt 48 und 2 Was? Uh, da wird die Aufwärmphase angeboten Oh, da wird die Aufwärmphase angeboten Guck Let's go and tripping retards Oh, Alter, Mann Er springt da runter Es sind die Leute, die wieder wissen, wo man spawnt und sich da hin hocken, ins Eck rein mit der Arbe Richtig kleine Opfer Der Typ, der mit einer Auge im Pit sitzt, der fuck mich auch ab Ja, da ist schon die da Oh Gott Nice, nice again Oh man Hey man, ich bin doch drauf Und wieder dieser Tyna-san Halt doch dein blödes Maul, du Trinkmann Sagen die irgendwas? Krieg doch gar nicht mit Ja, ist dein Chat deaktiviert Ja ja, mit der letzten Bullet Das ist so low als wenn, Alter Jo, natürlich holst du mich mal eben mit der Abelkehr aus der Headless, ne? Alles klar Ja 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 Ich bin zu dritt in der Mitte mit der Aave Ich hüte ihn an, das ist so low man Los go WTF Shut up Fuck you Ja Ja ich hab halt Durchschuss Boah, Failort Der knife ist die schon, der und das würde ich nicht machen Ich schaub's jetzt langsam nicht mehr, man Diese Scheiße hier Von beiden Seiten unter mir Ja genau, man Halt doch mal die Fresse, Mann Ja sag doch nur, was du dich von dem so foppen lässt, Alter Ich muss halt mal leck mich doch am Arsch, ey Ja, ist halt klar, Mann Ja, die sind schon ein bisschen oberkrass dabei Nur ob ich so schlau Ja, und die wissen bald, Mann, die wissen nicht Nein, Alter, ey, ich kann mich nirgendwo hin drehen Natürlich, von hinten, einfach two shot Von vorne wäre scheiße Von vorne wäre scheiße Von vorne wäre scheiße So, zwei Avis auf einen Hehehe Ja, ey, ich geb ihm no scope mit ner Avis und ich hitte ihn Ich hitte ihn, Mann, was ist das? Ich hab ihn grad zweimal hintereinander weggehauen Ich hab ihn grad zweimal hintereinander weggehauen Und da steh mich zu dritt auf lang, ey Ja Ja, gehen pro 4 hoch nach 4 wird den 1 an Ich komm nicht auf meine Brille, Alter Ich hab nur noch Sniper, bei jedem Schuss Er spielt auch noch Sniper Er spielt auch noch Sniper Shotgun So fein, ich krieg's Performance auf diesem Fall Das ist kaputt Ich hab ihn gewonnen Oh my god Shut up Shatterb. You f**king killed Ey! Ich kann nicht shooten so, Mann, wenn das Scheiße ist Boah, Feilorot Ja, nur ein Sackgesicht Halt Wir haben doch hier was verändert mit dem ganzen Aim Ja, ich bin halt irgendwann down, was ist denn das für Bullshit hier? Ihr kotzt langsam auch nicht an hier Die machen es immer kaputter wie es ist Ah, stark, Alter Ja, er steht halt da oben drauf und das ist ein instant Klick von dem Typen Er ist doch auch nicht ganz zauber Oh Alter, wie? Kann los, spawne ich hier nochmal ohne 5 Leute im Rücken Da schon wieder, Alter Das kannst du vergessen Ja, Mann Bye, Caddy Nope Ich werde jetzt einen Case haben Ich bin mal in besserem Server No Und dann krieg ich die Shadow Case und zieh die Schattendolfe, Alter In Fades Deathrack Okay, wann geht's denn los? Komm gleich wieder Achso Ah, Gunshot ist fast Level 2 Fast Fast Level 2 Wenn du das richtig machst Wenn du das richtig machst, du musst nur so, ähm, Gelegenheitsspiel gibt mehr XP, das muss man sagen Musst du so 8 Stück am Tag und das eine Woche lang und dann bist du Level 3, dann brauchst du nicht Okay Ich muss sagen, ich hab's eigentlich nicht unbedingt an dich Aber für euch ist es halt doof, ne? Die ganze Zeit immer den Dings hier zu zocken, ne? Wo geht ihr denn hin? Anti? Ist doch auch witzig Äh, CT bin ich jetzt gegangen Na, ich geh mal mit zu Greg, ansonsten regt er sich wieder auf, wenn ich einen Kill Ich krieg mich auch mit dieser Fuck-Leitung Natürlich spawnen seit 3 Stück vor mir, ne? Fail und frisst 61 in 4 Ja bitte, was wolltest du sagen? Jaaaa 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 Ich flicke um, wenn der nur sich wieder abschießt, Leute Oh mein Gott Mann! Halt doch still! Nein! Nein! Nicht für dich Warum denn nicht? Ich hab bitte gesagt Hab ich? Ach nee, hab ich vergessen Ohne Scheiß, die CTs haben aber irgendwie andere und die besseren Spawns Wieso? Bessere Spawns und Deathmatch, Alter, wo liebst du denn? Ja, hab ich mir auch gleich gebraucht Lächalig, Alter Die geben 10 Punkte, Jo! Wieso bauen die CTs denn? Jetzt ganz ruhig, Tim Was denn? Wenn ich das nicht machen würde, gäbe es keine Chicken Wings Was denn? Da ist noch einer rechts unten Mann! Der merkt nicht, dass ich hinter ihm stehe Ja, das finde ich auch sehr angenehm Hallo? 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 Na? Fuck! Du kleiner Wichser! Ich denk schon, wer tapst da, Alter Hallo? Ey! Wo ist der? Könnt ihr mal diesen Berghander kicken? Ja! Ja, Mann! Du kannst doch nicht jedes Mal die Pro-Gamer kicken hier Hallo? Doch, den! Hier! Topsi nennt er sich mit Herzchen Richtig hat Headshot, ey! Oh mein Gott, da kommen sie alle wieder an die los Ich bin evil! Ja! Die ist klar, Alter! Hallo? Hallo! Oh mein Gott! Reakt, du kriegst grad ausmah-dürfen Oh lol! Hätt' sie den zweiten nicht wegmachen könnten da!? Ja, spray doch dein ganzes Magazin. Spray am besten alle deine Kugeln nicht rein! Ah, einer hat gefehlt. Ach, jetzt tick ich aus, ey. Facken die nicht ab, ey. Natürlich im Jumpmaß natürlich eine höhere Präzis als die Nocke. Ich schau'n wieder, Alter. Das ist ein Witz, man. So'n Fleck war Spaß, Alter. Wenn keine Gegner. Oh, lol. Nein. Also die anderen sind sozusagen die Cops. Mann. Wie heißt der? Magix-Gandalf? Ab, ab, ja. Nein! Tobi, es tut mir leid. Ich wollte eigentlich nur hüpfen, um mich zu ergeben, aber... Oh, jetzt hätte ich fast schon wieder einen Team-Kamera damit gegangen. Wer fällt um? Ja. Ich hab nur noch 6 Live-Points, Alter. Ja, das war ja klar. Ich werd schon wieder gehen. Nein, fang zu einem Hurensohn, Mann! Kann ich aufpassen. Alter, Hauptsache das Gehirn hängt schon mal hinten an der Wand, aber er fällt irgendwie... Alter, ich bin grad gespawnt, ja. Du musst mir schon mal Zeit lassen. Hm, hast du zuerst geschossen. Ja, aus Schreck, das ist Reflex. Ich hab' Gandalf getötet. Du warst auch in der Nähe von Gandalf. Loll. Wo bist du jetzt? Tobi? Hm? Wo bist du? Oh mein Gott, wie schlecht sind die hier. Damit wir mal um Zetion treffen können. Ah. Ah. Bestimmt. Ah. Ah. Gott, ey. Hm? Bis die Rundenzeit sind. Ja. Ja. Ist klar, Mann. Was? Die Schüsse sind wie Kuh... Blastik-Kügelchen, Alter. Es geht einfach nix rein, Mann. Mich pickt irgendeiner nicht. Ich bin gleich so dumm. Ich bin nicht. Boah, Gandalf. Das war jetzt aber nicht nett von dir, ne? Hahaha. Warum? Ach, Null. Alter, ey. Hey, Lord. Ich verteid' dich. Meine Kugeln sind keine Gummibärchen, die du fressen sollst, ne? Mhm. Ey, kick mal diesen Berg ran, bitte, Alter. Wenn du fast fliegst so hart ab, der Typ, ey. Wieder Durchschuss. Ey, Alter, Uli. Auch dieses Ganze kann man nicht mal daneben schießen. Mhm. Jaaa, ich bin schon wieder in Stand-Down. Oh, Mann. Nein. Scheiße. One-Tap im Sprung. Mhm. Ey, ich geb einem No-Scope. Ich bin genau drauf. Ich seh, dass er gehittet wird. Und ich zieh null ab null. Kriegt der Faggot auch noch einen Hit mit einer A, wer weiß. Das ist ein Witz bei dir, Tobi, oder? Was ist das bei dir eigentlich normal? Ah, ich bin weg. Ey, das macht keinen Spaß mehr, Alter. 78 Exekt. Mir? Gar nichts. Ne, ne, aber du mir. Oh, ich bin weg. Ganz ruhig. Nicht eskalieren. Oh, F***. Einfach Cragpipe jetzt. Totrennen. So, du Bitch. Ja, spray doch durch 5 Bände durch, Alter. Du gibst mir 439 in 1, Alter. Willst mich verarschen, Mann. Ah, was passiert? Fuck Ah ja Hallo? Hallo? Bitte? Bitte Nur mal, nur mal ja Ah scheiße Ey, ich bin halt immer instant als Erster Stone, mal mit ne OMP aufm Körper Jaaa, Junge, ist klar Natürlich gib mir One-Ted-Alphen Den hab ich gekriegt Oh, fuck Das ist echt heftig, Alter Die CT spawnen alle immer schön in der Gruppe und die T's überall auf der Map verteilt Die CT's halten auch zusammen Ja, ihr, bei euch geht einfach nur dreckig behindert da rein, man, das ist ein Witz, Alter Jaaa Ist klar, Alter, wenn ich mit ner Piste schieße, ziehe ich gar nichts ab, wenn der mit ner Piste schieße, bin ich so vertaunt Alter, Junge, mit ner AWP auf 5 Meter Ertarnung Oh, durch die Wand auch, lol Da Da, spawnen wieder zwei auf einem Fleck Ich bin halt 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 Geh rein, Alter Na, Marsch, Alter Lucky, Alter Natürlich bist du gelaufen, Ophrod Der erste Schuss, wo du gehen hast Ey, Mann Ach, 94 in 4 Ja, gut gegangen Ich bin der erste ab, top sie die Sau Das ist der LE, Jungs Ey, Bombe, jetzt würde ich hier 247 Deathmatch machen, Alter Das ist scheiß, das ist langweilig Ich bin weg Also, Deathmatch Dann halt Gelegenheitsspiel Michi geh Ich bin rausgegangen Wer ist das denn? So, Profil Ah, muss spielen, Neustart war Keenscheid So Okay, das war noch Ich bin halt schon Mhm, mhm Ja, bei der Fritz, das heißt DJ Kim Jong-On Also, warte ich jetzt hier erstmal, oder? Oder wat? Oder wie? Oder wie, oder was? Oder wie, oder was? Oder wie, oder wat? Irgendwer muss hier gar nicht ändern Oh, ich krieg das Ich krieg den Lack, Alter Das ist ein Witz, Mann Ah, dann muss hier mich einladen, ne? Failward, let me ein, Junge Ich, ich, ich klicke drauf Danke 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Kaffee? Mikro schnaufen. What's your problem? Shut up. Bye geht's. Toll. Der krabbelt ein Marienkäfer auf meinem Schreibtisch durch die Gegend. Ich hab grad das Unnötigste in meinem ganzen Leben gelesen, ohne Witz. Weißt du, was die Leute denken, dass Bushido zum Terroranschlag von der ISIS in Paris verwickelt ist? Oh mein Gott, ist das Unnötig. Junge, ist doch... Wo hast du das gelesen? Kommt bestimmt von der BILD-Zeitung. Ich weiß nicht, wie man so eine Scheiße ins Leben rufen kann, um so einen Möcce schreiben. Ah, wer weiß, wer weiß. Ich weiß nicht, wie man so eine Chance. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Ich muss vielleicht mal wieder eine rausgehen, dann wird Sophie etwas halten. Oh lol. Ich bin schon. Hey, mir hat sie komplett die CSGO-Echse schon wieder zerfickt. Was ist das für ein Müll-Game? Ja, da kann Demo ja erstmal reinkommen. Ne, 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 bei mir bugt das doch immer, dass das, äh, ihr seid doch eben auch nur gejoint, weil ich nicht drin war. Und dann kann ich lieber nachjohnen gleich. Geht mal ohne mich. Da geht. Noll. Maronis. Du kannst gleich mal ab-shutten, ihr. Fuck, Alter. Shut up. Ja, ich wusste es. Woher wusste ich das? You faggot? So. You faggot, don't kick something. Was läuft denn hier? Spiel wir jetzt, oder eher nicht? Wollen wir bei 5E keine Lobby finden? Bei 5 finden wir eh keine Lobby? Und Doom ist doch gar nicht drin. Jetzt hat er schon was. You faggot. Why are you giving me? Okay, ich bin safe CT. Was, safe CT? Oh, dann wird's ja CT. Was soll das heißt, CT gehen? Wenn kann, dann hat man einer Doom ein. Also, er meint damit, er saft dem CT. Ach, das ist jetzt Gelegenheitsspiel, ja? Ah. Ja, ja. Okay. Oh, lol. Ich muss... Irgendwas verändert schon wieder an der Hitbox und einem. Muster. Hallo? 50 Shades of Grey. Hallo? Müssen wir mich töten? Wie soll das? Ja, also... Depp, depp. Du kleiner Doomfusch hat's alle, ja? Stick. Hallo? Ah, ja. Fuck off. Fuck off. Fuck off. Oh no. Oh no. Fuck idiot. Was? Ist ja nicht so, dass ich mit einem Hetz drauf bin, nee. Nee. Du träumst bloß. Ach, wo sie sich... Good luck and have fun, sagt Joker. Good luck and have AIDS, man. Kann ich die Demo nicht einladen? Wie flasht das, man. Kann ich die Demo einladen? Kann ich das irgendwie nicht. Tschüss. Mmh. Oh tschüss. Oh tschüss. Oh tschüss. Von clean Uhr. Fwnie. Zwei sind blauer Kackers, die gehen zu Mitte. Mann, Idiot, Alter. Könnt ihr Demo einladen? Nein. Oh, da kommen drei Stück, Junge. Ha, Junge. Ich hab zwei geholt? WTF? Ich fünf. Ich hab alle geholt. Da hast du fünf geholt. Das ist noch viel mehr. Nein, der fress in der Haft, der Typ ab. Battledroiter hatte ich eben schon mal. Ich glaube, ich brauche eine Z-Retter hier. Ey. Da ist der Wunson. Was sagt Tobi eigentlich? Einer am Bündow. Einer ist unten, Loa. Ja. Na ja. Der Wunson. Ne, noch probieren wir uns mal zu joinen. Bitte. Ja, okay. Moment. 5, 4, 6. Wollen wir an, müsste ein Platz frei sein. Ah, bei mir ist Counter-Strike Upgrade-Cuts. Was ist das? Oh, Gott. Es ist mir wieder. Oh mein Gott. Yeah, I can't really rush. You knew? We have to camp. Du musst, du musst safe joinen können. Wir haben gerade eingekriegt. Und für den T-S ist auch nur einer. Einer weniger, LOL. Da klick. Hinter der Tür noch. Da hab ich mal einen, bei mir steht, wenn ich auf eure Namen klick. Ich steht immer noch genau hinter der Tür. Weil sie voll ist. Ja, klar. Gar nicht. Ich konnte sie zu nicht beitreten, weil sie voll ist. Deshalb suchen sie es erneut. Ach, geht nicht. Das ist unser Mate, Loa. Oh mein Gott. Ist der Wallhacker nicht fallen? Der sagt nein, keine Ahnung. Shut up. Hello. Shut up. He is wallhacking. Shut up. He is wallhacking. He is wallhacking. He is wallhacking. He is wallhacking. Ich habe mich noch gesehen. Oh ja, voll klar. Oh mein. Wie hat ein Problem mit seinem Gesicht. Oh, die Gitte. Ach lol, das ist wieder B. Hier oben. Du Fisch. Er hat doch Schlooooow. Pass auf. Ja, das könnt ihr nicht tun. Ja, ist klar. Boah. Der ziegsteck. Typisch halt nice am Cheaten, deiner Kotzenzone, Alter. Der kneift erst mal drei Stück. Ich bin jetzt gleich wieder fünf Stück auf wie lange stehen, ne? Da stehen sechs. Scheiße. Ich bin jetzt auf. So. Einer ist doch nur von da. F*** you! Du? Ich wollte deinen neuen. Richtig und B. Du kannst raus. Rechts, rechts, rechts. Bei mir. Die letzten drei sind B. Ah, Mann. Was für ein Noob-Flash, Alter. Äh. Hinter der Kiste. Hinter der Kiste. Hinter der Kiste. Oh Gott. Jawohl. Gammel. 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 Katastrophe. What is going on here? Was willst du denn? Ja. Ich gammel. Ich hab überhaupt gar nicht gegammelt. Ich hab zugesehen, wie da einer erschossen wird von uns. Okay. Ja, auf der Range. Was soll ich denn auf der Range machen mit dem Scheißding hier? Hm? Nichts. Na also. Dann lauer mich doch nicht voll. Mhm. Deploying Flashbang. Deploying Flashbang. Deploying Flashbang. Jetzt kommt noch tief wieder ran. Oh mein Gott. Dieser Hurensohn meint halt einfach von hinten, Mann. Ja, ja. Geh nicht drauf. Again, you faggot. It's something more. Kani, da sind zwei. Eine arm. Ja. Was? Ich hab ne Frage geblendet gerade. Volles Mad. Hab nichts mehr gesehen. Fällert, sag mal wo du sind. Ah, fuck. Ah, fuck, Alter. Ah, ja, okay. Ah, ja, okay. Okay, jetzt eh. Schott coming. Schott coming. Okay, ein Gold. Ist auch wieder ein geiles Team. Na, der Spieler hat nur die genommen Benzweiter. Let's go, people. Ah, ja, wieder die gelebt, Alter. Ja. Oh, und oh. Ach du Schmeinefz. Ja. Das ist halt End-Slow. Bombe down. Ich will jetzt nur down, MP9, Alter. Ach, f*** dich. Ja, wie? Ja. Okay, alles klar. Ja. Man hätte mich da vermuten können. Das ist wohl wahr. Oh my god. F*** ist deutsch. Saggy. Ach, 1013 Stunden. Wie der der Rekord. Saggy. 1013 Stunden in diesem Assi-Game, Alter. Da wird mir was fehlen. Ich hab was, 2000. Ja, sag ich auch. Da wird mir was fehlen. Ich hab fast 2000. Das krieg ich noch nicht mal mit Daisy Standalone hinten. Die ist schon länger draußen. Ja, danke. FairQ. FairQ. 1 in 1 wieder. Alter. Wahnsinn. Richtig geil. Und wie dann die sind noch gegeben. Ja, Mann. Alter. Choker ist halt am liebsten. Schmeiß den doch jetzt mal raus, Alter. Der weiß halt instant wo man ste- Schmeiß den doch mal raus, Alter. Wenn das schon tausend Leute sagen, startet da halt mal irgendeine Abstimmung. Oh, wir sind in der Projekt. Ja, oder was? Ja, oder was? Bei A. Bei A. Fick dich. Weiß natürlich genau, dass er short ist. Du kleiner Wichser. Choker, you fucking idiot. Er sagt, Joker hack, wird ent назвieren. Ah, guck, genau das meine. Ein an die den mal kicken, Alter. Das hat aber keinen Sinn, wenn wir jetzt alle drauf gehen wegen dem. 3 und 2 Joker Stau mit einer Granate Der hat halt echt ein bisschen auf die Wände geschaut Wie der lag, mein Gott Hatten hier begammeln wir jetzt da Wir decken halt alle voll rein, Alter Ich schieß auf einen, der geht nicht auf, Mann Witz Ja, alles klar, Ewan Los, meine Mates Die Mates sind scheiße, du spielst gerne mit Cheatern Ja, wir können den Joker nicht kicken, der hat seine Mates dabei Ich schalte self-call, das loschte, was ich in meinem Leben gesehen habe Ja, der hat seine Mates mit dem Deathmatch gezogen Ja, oder er wird einfach geghostet Ich glaub nicht Der wusste viel zu genau, dass es mehrere bei A kommen Ist der Billion wird Ist der Billion wird The fuck, hab ich für einen Schmanker Oh, Greg, da hast du mir den Life-Kill versaut Ja, heu, nicht so rum, Junge Schmanker Jetzt wird er nicht mehr lange Ich schaffe mich ok Tobi, deine Schüsse gehen überall hin, irgendwelchen Gegner Hmm, kann man wieder drei verlangen, Rom Haha, so wie jetzt ZWEI Ja, ihr seid scheiß Tees, ihr Camper los I'm not camping Nein Der schießt halt durch die Tür die ganze Zeit Ja, weil drei Leute wieder gehittet, ey Oh, Joker, du, no Was, das hat uns ein Hatter von ihm kapiert, ey Können wir leider sagen, warum ich die Map nicht mehr angezeigt hab Wie? Ja, diese kleine Map oben links nochmal, oder nicht Keine Ahnung, hast du es eingestellt irgendwo? Nö, eigentlich nicht Habe ich in der Fall, habe ich in der Fall schon vorher auch Oh, einer ist drin, ey What the fuck Ey, Mann Was checkt ihr denn, Alter? Ich bin grad reingelaufen, soll ich das wissen, dass der Vollidiot, der da an der Bank sitzt, macht, wenn einer reinkommt? Ja, Joker wieder Ja, wie der trifft, Alter Holste alle weg Guck sie an Nix ist einer, Arim Todeskampf Ja, ich weiß, ich bin schon gehört Ja, ich dachte, der bleibt da, ne, er kommt im passenden Augenblick raus, Ara Ist klar, wieder so eine Lackfotze Hörst du denn grad komplett auf die Wand geholt? Oh Gott Oh Gott, er wurde echt getumpflippertet, Alter Oh Gott, Alter Oh Gott, Alter Ich geh mich jetzt verarschen, hier steht alle hintereinander in einer Reihe und geht alle drauf Mit einem AW-Schuss Tja, so geht das eben Solo, ey Ein schöner Walli Perfekt Jetzt kaufen wir mal eine Waffe, Alter Ach ne, ist das schon der zweite Wunde, okay Ackige 33 Kills, kannst du dir nur umerzählen Der ist halt MLG Wurscht Ja Da, der schießt Er zieht nicht mal den Kopf und guckt, wie er mitgeht Jetzt guckt er kurz weg Wurschtend hin, Alter Kann mal einer sagen, wo dieser Nutzensohn ist? Das ist halt zu End-Slow, Alter Ja komm, du findest sogar noch richtig fluschig, wenn du mit dem scheiß Cheater spüchst, oder? Das ist mal ein Krab mal I get Felch in case, now I get Felch in Loveyswitch Das ist der Trick Lobyswitch, was? Vielleicht steht der Schür, dass wir jetzt verlassen Ach Engelsspiel ist halt auch low Ach, warum Nein, bitte nicht, Mirage Und das ist Mirage Ja, voll, Mann Was, wieso nicht? Ach, Mann Immer nur das 2E Ja, Standort Er kam gleich wieder Idiot Ah, CT for the win, Alter Ja, Joker, Alter Joker, Mann Dieser Nutzensohn Ja, der schießt durchwand, Alter Schießt mich nicht, aber Facke Mann, ich werd' genifet, Alter Wollt ihr mich verarschen, Tobi, was bist'n du, Alter? Im ganzen Tag schießt du, oder was? Ich steh' da Ich steh' da Ich steh' alle 3 in der Reihe mit End of Peace vor, Alter Es ist halt so Endstorm mit eurer Scheiß-Sneiferei, Mann Joker holt nur durchs Tor, der sieht die Leute gar nicht Ja, ich bin halt low, Alter Das ist halt Endbehindert, Mann Warte, jetzt kriegst du den Klick deines Lebens Okay Oh! Ah, ja, ja Gamebot activated So was von Oh, meine Fricksal Ey, Klick mit Ansage, Alter Ja, Klick mit Ansage, Alter Die Besten Klick Er von Er von Er von Er von Er von Er von So, Klick Ja, Geht um Filt Geht um Filt Ehhh Hast du den aimbot activated, oder? Oh, die Welt Nei Hmm Hm hm ich bin mal weg ach du hast so ein timelag cracked alter das ist so unglaublich ja das sagt einer der mit einem knife und ein beast von rammt der war so ein timelag ey na gut warte kommst du nochmal da? ne ne soll die geschehen alter der aimbot activated ja 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 einmal trifft er nur noch ja ja und nächster one du kleine hässliche fotzer joker nein ja tobi na die ist leer oh god alter ihr camp und despawn hier die hecke nuke ist down joker fuck you put up ja schieß doch mal alter ja ja dann kommt der andere von da eh auuuu gefickt du bist einfach nur gut hast recht einfach nur gut im hacken kleiner faggot ja der kriegt ein headshot von geinen shot da oben ich mute jetzt den scheiß jetzt geht mir jetzt schon wieder auf den füß alter oh gott klatsch ja keiner pickt oh so ein Lappen ich bin kein Model so ADD Schelle kommt ja halt die Schnauze ich kann mir eh nicht lang da geh ich nie wieder lang ey so ein Quatsch jedes Mal diese scheiß Missgeburten zu 5 auf lang da kannst grad im Tod reinspringen da kannst grad im Tod reinspringen mhm hast du durchsmoke gekriegt? mhm aber ihn auch gehittet mit der scouse payload komm immer ne bitte oh fuck sag mal wenn einer davor ist er hilft keiner vorlang denn einer? nein du laberst eh scheiße bei Greg da stehen help help Greg steht wo Greg ist in der Mitte man der Noob krieg steht auf FIGG DIICH Bobby will feh okay dann ich hab den 20 geflogen wie denn das durchnäht oh fang Greg schieß mal bitte Greg schieß bitte Greg schieß bitte hinter dem Tür weiter rechts weiter rechts ja nein nein die linke Tür noch noch ein Stück links noch ein Stück links noch ein Stück links zu weit ist down yeah Joker machst du gut letzter ist mit dir rein zu gehen der defuse dabei ist oh mein Gott to the bomb to the bomb good job easy ala nice alright so so was was okay nice prefer wieso ist denn da keiner auf B rüber gehabt? weil keiner B ist weil keiner B ist weil keiner B ist oh mein Gott kommen wir auch rum oh mein Gott kommen wir auch rum jetzt kann man einer die Scheißbombe holen von euch weg das hat genau sechs schossen Ja 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 Schönen Wallhack Erstmal weg springen, wenn der Gegner kommt Okay Kommt der wieder auf B oder was? Ja Der ist auf A und ist direkt weg gerannt Als zwei Stücke bei Short kommen Auf die Smoky Shorten direkt drängen Nein Was für ein Lacker Lacker Schießt irgendwo durch die Wand oder wir spielen Lack, die Bastille Schönen Ja, die werden eh Spar-Spot-Übbel sein, Alter Boah, siehste? Ich hab noch Lack Mhm Neuf ihn Lang, ne Schon gesehen Keiner am Heeren, Alter Gle- Der andere Schleichtert von unten Ist unter dir Hm, er kommt jetzt Ja, mit einem Fäder kann ich halt nicht machen, Alter Ja Auf Heeren hast du auch mal einen schönen Klick bekommen, ne? Nein Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs So, ich hab ein Damage gegeben Ja, weil du ein Cheater bist Ja, ja, ja Ich hab mir nur auf den Kopf Voll Ähm Keine Held, Alter Ja Alter Wirf die Flashbang zu mir hin, Junge Nein LoL Oh, mein Hahahaha Nix Acht in einem, okay Hahaha Die kommt nicht Ja Tobi, jetzt stehst du umsonst auf langen Hahaha Hahaha Ich weiß Das ist eh fein bei dir, wenn das kaut, alter Nee, nur so wild glück wie jetzt frei eigentlich Ha Oh, okay, die geklatscht Hahahaha So kacke Ja Tegel Wie du mir so mit dir, wenn Mein Bites, zusammen mit dir Go B, go B Go B Go B Oh, fickt euch für die Nades, man Ja, das ist meine Nades gewesen Ja, das ist meine Nades gewesen Lass Klashback 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 Ja alter, er kam schon schießend um die Ecke, der hat den andern auch gecreepiert Tobi wird gecarried by Hacker Der Joker Rita, 2x Freepier Er ist deutsch Wir miss Geburt Ohrensohn, halt die Fresse jetzt Ja du wirst gecarried von dem Hacker Jaja, ich bin noch nicht weiter, das ist super, ey Da hat's leider geklickt Tobi Ich sollte bei der DG bleiben Oh du Alang ist frei Red Ja Komm her Oh shit Oh shit Oh shit Oh 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 Nein Oh Mann ey, das ist ein perfekter Witzitz Mein ganzes Team steht da rum und macht nix Sag, Alter, ihr checkt es sich Ich hab's gecheckt, aber Bist du den hast dann Recht Hinter dir steht einer nicht rein Links, jetzt ist er links Hm, was für bla 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 scheiß hinter mir nix Junge, da war echt einer mal im Pit, man Ich wurde doch geneimt hinter Das war aber sein Mäd im Pit Ja, ach nee Ja gut Oh, da ist mein Typ Ja und der Joker, der schaut gleich wieder her Schön macht er das Und blauen tot Oh Oh Ja ja Nein Ich hab sogar ein richtig kleines Apfer Ich hab sogar ein richtig kleines Apfer Schitter, Schitter Ich hab's hier ist Ja, du kleine Hurensohn Ja, du kleine Hurensohn Der schießt mich durch die Smau aus dem Wand, Alter Und er 55,000 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 Hab ich in Kauf genommen. Joker ist B. WTF. Ob ich in Kauf genommen. Der, 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 der. Der, 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 der. Der, 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 der. Was ist Joker? Joker ist B man. Was ist Joker? WTF. WTF. Kick Joker, please. Oh. Joker kommt zu dir. Der läuft lieber ein T-Spawn. Morluck, Morluck, Alter. Morluck hat die Schnauze so alles geplant. Könnt ihr nicht mal ne Abstimmung gegen den Absturz? Seid mir eigentlich die ganze Zeit ne gegen einen Cheater springen, oder was? Das ist so ein Slow. Der hat Pre-Mates, den kann man nicht kicken. Ja. Tobi lacht sich erstmal ein Eis ab und kriegt dann durch die Smoke. Ah, ich bin gehetet durch die Wall, Alter. Das ist ein Gewinn, Mann. Sag mal so'n Hurensohn, ich kicke Tobi. Ah, ein kleiner, dreckiger Bastard. Du guckst ja nur mit der Autos. Oh, Alter, dann guckst du einmal nach rechts, ne? Oh, Alter, dann guckst du einmal nach rechts, ne? Der Anzeige ist raus, Tobi. Ja, schon. Äh, ist klar. Dieser Joker ist wirklich ein Hatzker. Ach Mensch, wie geht hier die Bombe? Ja. Ja, das ist ein Hurensohn. Hallo. Wo ist der letzte? Ach, Greg? Okay, gut. Okay, Greg. 3, 2, 1. Ja, das ist halt Witz, Alter. 71 in 4, Mann. Unser kleiner Hurensohn, Alter. Ja. Ja. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie wir ein Fans brauchen. Keiner mag dich. Alle hast du nicht mehr so'n Hurensohn. Das weiß er schon selber. Ja, auf B-Rom. So, wie du bist so'ne richtig kleine Faschel. So, wie du bist so'ne richtig kleine Faschel. 91 in 2 ist das. Im Forking Ernst. Im Forking Ernst. Reicht! Ein Ninersack. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Wieso schießt du auf's Kopf, ey? Der kann sich locker ducken. Okay, jetzt PiS開 stellt Aber schieß weiter Ardi. Sucker. Der ist bestimmt da. Ich will gleich was' anderes machen. Ist langweilig. Undy ist langweilig. Wir lassen die komische Map da spüren, was du gemeint hatt. Laan. Schauker ruhen Tschüss, mein Schauker gekekt Hauptsache, die Missgeburt habe ich weggegeben, noch mit der Autosniper Zupac, Wasser Zupac 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 Ja, die Bombe wird gelichert. Jetzt rein. Naja, die müssen ja nicht ran, die haben ja Joker. Er ist doch weg. Ah ok, drum. Lol, kriegt halt ein Brett. Ein Brett. Der Terroristen gewinnen. Der Terroristen gewinnen. NIEP! Dubel! Toller Drei Hätte nur noch Tobi gefällt, dass er auf lang ist Ja klar, Alter Ne, ich hab schon disconnected Are you faggelt? Ich hab was geguckt Ich hab mich nicht verhandelt Ich hab mich nicht verhandelt Oh, Alter Ich bin nicht verhandelt Die Runde vorbei bei euch. Go B, go B. Go, go, go. Wie weit braucht ihr noch? Wie lange dauert das noch? Oh, Alter, wie ihr ihn nicht habt. Ihr könnt doch auch über meine IP-Adresse joinen, oder? Mhm. Bitte? Könnt oder könnt ihr nicht? Was ist? Könnt ihr auch über CSGO oder über meine IP-Adresse joinen, oder? Ich hab schon mehr. Nice. Ohne den Joker sind die nicht so krass, ey. Ich hab die Bombe nicht mehr, du fackig. Klar, dass du die Bombe, ich hab mich doch gewillt. Nee, ich nicht. Du bist grad da rein und hast die Bombe in der Handkampf. Die stabilieren die mit der Arbe. Du hast die Hätte, Mann. No, no, no. No, 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 no. Legacy Report, please. Take it. Wahnsinn, warum hat der denn eine Smoking geschmissen? Welchen Sinn hatte der Scheiß jetzt? Flowing fire! Damit ich gar nicht mehr sehe, wenn da wer durchkommt. Hammer, echt. Super gemacht. Ich war doch grau. Wo ist der? Zwei stehen da links in der Mitte. Zwei stehen da links in der Mitte. Wenn du weiter nach hinten gehst, siehst du. Kommt jetzt einer? Ja, einer guckt jetzt Richtung Chart. Der Scout guckt immer noch nach lang. Boah, da kommt noch einer von links aus dem Garten. Ja, ich hab keine Ruhe. Oh mein Gott. Ich bin Rang 2. Ja, ist klar. Lös! Also, joinen wir mal Tobi, was? Hm. Ja, das wird jetzt Battle Royale. Ja, Battle Royale. Ich kann dir nicht joinen. Ich auch nicht. Ja, ja. Tipp Connect ein, und dann warte ich. Ich hab meine IP-Adresse immer ein. Also, connect in die Konsole, und dann... Ich kann nicht mal meine Konsole öffnen, was das denn? Was ist los? TeamSpeak. Ja, was ist jetzt die richtige? Die mit der 7 am Schluss, oder ohne? Ne, ohne. Ohne der 7. Geht nicht. Geht nicht. Hm-mm. Konnte keine Verbindung zur Sitzung hergestellt werden. Wo soll ich denn das überhaupt eingeben? Ne, Konsole. Es geht eh nicht. Achso. Warum geht das nicht? Ja, müssen wir die Lobby machen. So kann ich euch nicht einladen, so wenn man wählt das Spiel. Ja, kriegt mehr Standbild. Ja gut. Ähm. Ja gut. Ähm. Bei Damals, je mehr Leute, desto besser. Was ist denn das, was wir jetzt überhaupt zocken? Workshop-Map. No, no, no. Wenn wir noch einen hätten, dann wären wir eine 6er Lobby. Kommt doch, einer hat den gerade geschrieben, Doom. Ja, genau. Ich hab Bash noch eingelösen. Wer kommt? Da kommt noch einer von mir. Doom ist doch gar nicht da. Der ist in der Lobby. Ich hab gedacht, der ist gegangen. Warte, Körper, ich hoffe wir können so starten, ey. Sonst haben wir ein Problem. Ja. Ich konnte irgendwie nicht über... Lasst halt mal ein Wett auf 10 gegen 10 spielen. Geht halt nicht. Ach, das ist slow. Kyla ist schon ganz weg. Wir könnten den ja auch mal einladen. Kyla wollte Fernsehen gucken. Wann ist der denn gegangen? Keine Ahnung. Ich seh ihn nicht mal in meiner Lüfte, deswegen frage ich doch. Halbe Stunde oder so. Naja, aber... Das könnten sie mal einbringen hier. Dass mal... ...zu 10 in der Lobby zocken könnt. Ja. Kann man doch, theoretisch. Sonst wären ja nicht diese 10 Kästchen hier. Das ist für gegeneinander auch. Ja. Ja, für so Clan Wounds. Ja, theoretisch müsste es ja gehen. Also sollte es ja bei uns auch gehen. Ja, aber nur auf Workshop Map und Private Game. Geht er. Die Workshop App habe ich bei Trillix gesehen. Die fand ich nice. Ja. Nein, ist aber nicht die Case Battle, oder? Was los, Junge? Nein, nein. Tobi will mit uns Battle Royale spielen. Battle Royale? Ja. Battle Anahe. Ja, ganz schott. Du kriegst Battle Anahe. Von Legacy. Was willst du eigentlich? Bist du nicht der, der die ganze Zeit rumholt hier? Du hast doch grad gesagt. Du hast doch grad gesagt. Und Legacy, der wartet schon die ganze Zeit. Ja, wartet ja. Das reicht aber nicht aus, Junge. Ja. Scheiße. Das ist so, wie wenn du mit der Haubize ein Streichholz aufheben willst. Das funktioniert einfach nicht. Mit was ein Streichholz aufheben willst? Mit einer Haubize. Das ist eine Haubize. Hm. Mit einer Artillerie? Ui du, ich bin doch kein Opa, ich weiß das nicht. Hä, was hat das damit zu tun? Man weiß doch, was eine Haubize ist. Das sind keine Wörter, die man im Alltäglichen gebraucht. Das wissen nur ältere Leute. Alles klar. Haubize wissen nur ältere Leute. Alles klar. Ja. Hm. Wie viele wissen das von hier? So, alle die 50 sind und so. Also keiner. Also keiner. Ja, alles klar. Ihr wusstet ehrlich nicht, was eine Haubize ist? Ehrlich jetzt? Was ist eine Haubize? Eine Haubize ist eine Artillerie. Kennst du nicht die Panzerhaubize 2000 von den Deutschen? Oh. Sag doch gleich Artillerie. Das hört doch... Ja, Artillerie ist aber der Grobegriff. Der Haubize ist der... Ist ja... Ist ja das Instrument... Äh... Ne, ich bin... Ich... Ne, da komm ich jetzt nicht drauf klar. Ja. Sag doch einfach das Ding mit dem die da rumblasen. Das Ding mit dem... Ja genau. Das Ding mit dem die da rumblasen. Da hat man nichts anderes im Kopf als eine Haubize. Oh Mann. Demo hat Dragon eingeladen. Wie viele Leute habt ihr denn in der Friendlist, die das spielen? Ich wollte auch grad gucken, Freunde. Sind online, nicht einer hat das Spiel. Faggit. 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 Ja. Guck, Rappi aufgehängt. Das ist ärgerlich. Im Dröcknen. Mhm. Faggit. Elektrified, okay Wo kommen denn jetzt die Freunde her, Alter? Wer chunnt denn jetzt alles rein? Welche Freunde? Dragon Er ist alles von Thema Dann der Bash Bash hat wieder gelieft Ja, Bash ist ein Faggot Ich hab ne Kampffertigkeitsmedaille bekommen Wie lange braucht Greg? Was macht man mit dieser Kampffertigkeitsmedaille? Wofür krieg ich die? Nix Die kannst du hochspielen bis Gold Wenn du ne Mission, so gesagt, die Mission abgeschlossen hast Wie Kill 10 Lightning mit der USPS oder so Ich hab jetzt Gold Was bedeutet das? Dass du scheiße bist? Mh mh Warte, was sagst du? Nein, ich hab nicht Gold, ich hab Bronze Ich und Gold Bei Gay Strike Hast halt die Kills gemacht Zum Beispiel 100 Stück mit ner USPS oder so Hast jetzt vollendet Autosniper Achja, genau Mach 100 Kills mit Autosniper Das hab ich auf der einen Karte ganz gut hingekriegt Das ist äh Aber dann ist ja gleich wieder hier jemand Enrage gegangen Die Fertigkeit hab ich schon auf Gold Aber Wettristen zerstören hab ich nicht Stattet der jetzt API neu oder was? Ne, der Dragon ist eigentlich... Ding Wie lange braucht Crack? Nur mal eine Minute noch so Ich dachte, der hängt ihn jetzt auf Ich dachte, der hängt ihn jetzt auf Ne Na, der wird ja kleiner werden In der Zeit Ja Elektri-File? Das hat sich schon gar nicht so cool Ja, wenn der Fag ist zu joinen, kriegen sie automatischen Stromschlag Deswegen Also du kannst nicht mitspielen Ja, dann lade ich sie schon mal runter Brauch ich nicht so lang zum joinen Was redet ihr da für eine komische Sprache? Was ist deine Landessprache? Schon deutsch, oder? Ich weiß doch nicht was Ich kann doch nicht so weit noch Französisch zurück Ich schreib jetzt einfach Risa, weil wir haben sie Schreib einfach Blackpipe Bleibst du Was ist das BR-Floot für eine Map? Die sieht auch so mega riesig aus Was? Wie riesig ist die B-Map? Was wollen wir da machen? Was? Das Battle Royale Das ist alle gegen alle Das ist alle gegen alle Und mit der Zeit wird die Map kleiner Und die Map ist halt ziemlich verwinkelt Ist das Crackpipe oder ist das? Nein Nein Das ist der Dragon da Ich bin's nicht, ich war die ganze Zeit schon hier Demo, you wanna suck my baguette? Das ist aber genau das, was die man will Der will ein Baguette also Nein, das braune vom Arsch Demo steht also auf, was braunes aus dem Arsch Two girls, one demo Das ist es Ja, tut mir ja schon wieder anschreiben Wenn ich jetzt schon wieder Demo anschreibe, dann kriegst du Instant blockieren Wer ist hier, Junge, kommt Warum spielen wir jetzt Trust 1? Wer ist, sein Kollege hat zwei gewinnt Nice Also er lädt die Map vor, für dass er jetzt die Map bei allen lädt Und dann, also gleich, dann passt das Was ist denn das genau? Battle Royale Ja, das ist alle gegen alle Und mit der Zeit, also es gibt verschiedene Zonen Orange, Rot, Blau und Grün Ja, Battle Royale, ich bin das schon, hab ich schon gespielt Seht ihr bei euch? Ich bin fertig mit Orange Ja Ja Was ist denn das? Geil, Alter Was ist denn das? Was ist denn das? Die Gangschaft, darf ich den Headshot drücken, ich seh dich von hier Was ist denn jetzt? Jetzt sind vier runtergefallen durch die Bakke Ich hab keine Waffen Ich hab keine Waffen Wieso hab ich mit Glock? Äh, und da gibt's jetzt so Fehler und da Ja Kannst du Waffen finden, da siehst du Ach so, man kann keine kaufen? Nein, du kannst keine kaufen, sondern du musst sie finden Hm Du musst halt aufpassen, dass weggekriegt wird Macht das deine Leitung überhaupt mit, wenn wir alle hier draufhängen? Siehst du doch Die Pinks sind alle 100 Hm, ja 200 Das ist das blaue Feld Ah, toll, ne Flash bekommen, wie geil ist das denn? Aber könnt ihr da, könnt ihr da laufen? Also, geht das da mit dem Ding? Ja Alter, voll am Längen Ja Ich bin der richtig 109 in 1 hab ich grad gekriegt 109 in 1, ey Ich schieb mit der Glockball Ach, man kann die Fällchen nicht zweimal drücken? The orange zone will belectify in 20 seconds Oh 20 Sekunden an der Stil, orange Zone weg Hä, was soll das denn jetzt? Wo warst du? Kleine Drecksgeburt jetzt Ja Oh Mann, ey Also die Leitung macht das bei dir nicht richtig unglaublich Muss halt gleich Garnier oder so anmachen Ja, kann ich Orange Zone is electrified Wenn du jetzt in die orange zone gehst, dann Oh Gott, ich glaub Ja, ich glaub Ja, hab ich die jetzt auf meinem Rechner drauf, oder was? Ne, du musst die abonnieren im Workshop Ja, dann lass mich Sag mir schon mal, wie die heißt Dann abonniere ich die gleich mal Electrified Und The red zone will be electrified in 20 seconds Wie heißt das? Electri... Electrified Electrified 10 seconds 10 seconds 10 seconds Oh, ich weiß nicht wie's geschrieben wird, ich find das hier gerade nicht Karten Witte Nein AWP Hast du es mit C geschrieben? Ja Wahrscheinlich Elect Elect Ja mit C T R I E Äh T R I F I E D 3 1 Let's battle Beginn E Elect 3 Fight 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 6 7 7 5 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 Könnt ihr ja automatisch in meine Dings reingehen? Ja. Gut. Dann haut ihr immer die Einladung raus. Spieleinstellungen. So. Workshop. Annehmen. Mehr muss ich nicht machen, ne? Berechtigung öffentliches Spiel oder privates? Ich hab keine Ahnung. Egal. Okay. Ich lass öffentliches Spiel aus. Jetzt können die anderen ja nicht mehr trainen. Muss der Dragon und der Bash? Wer ist jetzt drin? Demo fehlt. Demo fehlt. Du musst der Dragon hin? Ja, ohne Demo kann Bash ja nicht. Kann Dragon nicht. Ja. Was? Mehr kommen nicht? Doch. Einer noch. Einer noch. Okay. Kann starten. Hm. Ich hoffe das geht während ich streame. Auf geht's auf geht's auf geht's. Oh Mann, jetzt hab ich einen normalen Pink Ey, kriegst du die Bots eben? Wie? Die Konsole öffnen Wie, ich wollt das? Ich hab einen hunderte Pink Die haben alle 200er Pink Die Taste neben A1, glaube ich, oder? Das pfeilt hier nach oben als Standard. Krieg ich nicht hin. Ah, nee, ich habe auch ein 200er hier. Konsole vielleicht deaktiviert. 117, 170, warte mal.